Ich bin Hanna Neuze von 3N Consulting. Ich mache Firmencheckups. Das ist ein Programm speziell für Selbstständige und kleine Unternehmen und das ist wie eine Inspektion beim Auto. Ein systematisches Abklopfen aller Aspekte, die für den unternehmerischen Erfolg wichtig sind. Dazu gehören die finanzielle Situation, eventuelle Risiken, aber der Kern des Ganzen ist immer der Unternehmer und seine Persönlichkeit. Zum einen, weil ich quasi von zwei Seiten komme. Ich bin Wirtschaftspsychologin und insofern kann ich Menschen gut lesen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich habe elf Jahre Bank hinter mir, also elf Jahre lang Risikoanalyse gemacht im internationalen Geschäft. Das heißt, ich kann auch Zahlen lesen und ich kann analysieren. Und dieses beides zusammen zu verbinden ist mir wichtig und dann habe ich auch so eine Motivation. Jeder soll eigentlich seinen Traumjob machen können und damit erfolgreich sein.